Moin Leute, was geht? Mein Name ist Udo Gamescom auf der Playstation 4 und ich wollte einfach, dass ihr mir eure Fragen stellt. Stellt mir Fragen jetzt auf YouTube oder auf meinem Gamertag YouTube Gamescom. Ich freue mich auf jedes Kommentar. Ich werde auf jedes Kommentar übrigens antworten. Und wenn du schon immer was wissen wolltest, was Intimes, was Privates, ja dann hast du jetzt die Möglichkeit, mich zu fragen. Also los, schreib mir deine Fragen. Ich beantworte sie. So, und das war natürlich noch nicht alles, weil ich mache doch nicht einfach so ein YouTube-Video und sage, dass ihr mir Fragen schicken sollt, Sondern ich mache natürlich auch was in GTA. Und wieder natürlich richtig viel Unfug. So, YouTube Gamescom steigt von seiner Halle und zückt seine Waffe, weil ich habe auch noch Munition am Start. Das ist die abgesägte Schrotflinte. Genau. Kürzerer Lauf und handlicher. Aber gleiche Durchschlagskraft wie die andere normale Schrotflinte. Nur dass sie eben abgesägt ist. Und leichter zu verstecken ist. Moin, moin, wie geht's dir? Ali. Alles klar, Ali. Ah ja, Maschallallah. Mir geht's gut. Ja, danke, danke, danke. Ja, nein, ich bin kein Lieder von den Zambi-Kaboys. Ich bin ein ganz normaler Mann. Ganz normaler Zocker. Schönes Tattoos hast du. Wir sehen uns. Ciao. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal rein und sagen mal hallo. Moin, moin. Jemand zu Hause? Keiner da. Okay. Super. Nee, Spaß beiseite. Jetzt würden wir erstmal alle hier, die in zum Club sind. Wie schon gesagt, im Video könnt ihr mir gerne Fragen schicken. Zum Beispiel, wie alt bist du? Was ist dein Lieblingsessen? Oder Was arbeitest du? Solche Sachen kannst du mich fragen und ich antworte dir. Und ja, dann weißt du ein bisschen mehr über mich und ja, genau. So sieht's aus an der Front in Los Santos. Ups, ich trete ja gar nichts mehr. Ist ja auch egal. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Euter Games, komm, auf der Playstation 4. Aber ein Kill will ich hier noch machen. Einen Kill. Oh Mann, nein, es kommen die Bullen und alle haben das Spiel verlassen. Ist ja krass. Jetzt bin nur noch ich drin. Moin, moin. Also Leute, bis zum nächsten Mal und schreibt mir jetzt die Fragen, die ihr gerne wissen wollt. Haut rein. Ciao. Bis zum bitteren Ende kämpfe ich. Bis zum bitteren Ende. Ciao.